und dann findet man auch in öffentlich solositzungen natürlich so gerade die 23 ich kann seit der corona krise hoch immer solositzungen das krank so sie kiosk hat wollen wir machen wo mir was steht dann hi ich klauen hat los die mission wo mir an gerichtsmedizin anbrechen oder wo mir den luxus hacken was wollt ihr machen gerichtsmedizin vor leichten sehen pappam nice wurde gestartet schon direkt an ja ich muss noch grad zwei minuten wegfahren ja ich der team 1 holt die daten des toten agenten aus dem leichen schauhaus team 2 holt seinen hubschrauber zurück ok 2 für alle kaufen schwerste panzer und kaufen meine freunde freundin ist aber auch noch ganz sicher die mission machen wo mir die fähige anzüge greift ja das aber casino heißt dann muss mit denen keine ahnung auch die nächste woche machen oder so ungefähr so wird alle eine einladung bekommen ich habe zwar eben auch irgendwie einem lack so leicht nach dem teil kanaten den zwei schnäpps ja halt sehen hier die alkees ja ja dann ist noch ein größtes gefahren wurde sonst nicht abstelle ja ja ach wie fällt dann heißt was städtnis weiß Oh Mann, Marius, ich wär's mit. Ja, Philipp, wie sieht das dann aus, was du Lost sagt? Oh, Lost, Lost, wie hast du so gestalt? Ähm, Freddy und. Au, ne, gar nicht. Da könnt ihr aber bestimmt noch nicht mehr. Oh, Marvin, sagen wir, woran zwei, der noch den gestalt hat. Ja, aber wenn du alles ausgestalt hast, dann wär's ja nicht. Ja, aber die verschaffen sollen das nicht. Und je nachdem wie. Echtensanitäter, wenn wir, oder, ich muss nicht. Ich will leichen. Ich will leichen. Ich will leichen. Ich will leichen. Ich bin echt zu Beschaffungsteam. Ich geh zu, äh, Beschaffungsteam. So. Ich trete ein Beschaffungsteam bei. Und dann. So. Ja, ich zähl mir noch ein Outfit. Alter. Zack. Timo. Guten Tag, Kamerad. Tag. Oh, da ist fresh. Da ist fresh. Mit dem Partner outfit. Schon ein Auto von mir, von mir geholt. Du willst, sonst hab mal Mushroom.* Mööö. Ohneila. Ich pilze noch, heiam partner, logo Timo. Nice. Oh Brrrar. Paramedic. Jijoouu. Schön sind palaischen fij.» ihn pentoden. marius echt vorn ich wollte eigentlich mit mengen morgen vorn aber okay wir fährt der jetzt ihr mutlose krankenwagen fahren weil mich nicht alles täuscht schlagen geht hier und tschüss jetzt doch mama linken stick ran trecken aber nicht ein rettungswoll alter voll auch mal so moin schöne karriere richtig fette frittentheke natürlich treffen ich habe das metallschild das war klar so 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 bei uns schäfern ist das so 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 bei uns schäfern ist das so wir kennen alles schäfer heinrich na klar wie kennt schäfer heimann auch noch ich habe mich festgefahren motorraum abdeckung ich habe mich festgemacht dann schafft rippkehen münsch da klar ja außer mir mussten npc wagen klauen gib mir deinen audi was gar keine pc ist auch die scheiß halte kannst du bitte mal die sirene ausdrücken ja das ist doch so wie du fährst bleiben sie vor selber stürmen weil die angst und er hat das herz macht mich nicht ja ich hole noch drei kilometer ich gucke nehmen sie noch hande wenn man sich das und wieder crash gebaut auch nö und ich kann schon wieder rum in ein auto klauen ja aber ich komme raus ja da tun ich aber ich hatte zu viel speed dadurch an an grüne und da hast du einen kurs mauer und da komme ich mit meinem auto eine mehrere anstieg ich habe ihn ab dem haften und mal ist 30 Spezialgebiet ich habe das gefloßt am grälen da das Prozent wird so gut und so gut Prozent auch wenn du brauchst dort wird der Baden ja das stimmt ja wenn du da so irgendwie Bananer rinst Halt, os fährst du da hin, wo bist du da zuhause oder? alter wenn du dank an krankensamster auto erwischt man das geht auch nö man zum schrotthändler auto halt nur doch keine waffe an der hand holen bleib stoßen bleib einfach stoßen ok gut jubi steige in den krankenwagen halfen dann beginnt aber die kranke wollen stein will anheil das ist ja egal ich muss heilparken hörte mich so holte mich hupen hier so halfen 700 meter noch ja wir sind ruhig ja mhm gut leist so ne toll leichen heilsehen pam pam ach du scheiße immer 5 normal gone normal gone marius halb alle warten muss nur mal warten ne dafür könnten wo da ja ich komm ey einscheiden auch Alter tust du mal den Auto gemacht ich habe es rausgeflogen ach ja sauber ich habe es rausgeflogen ja und ich kann ihn nicht durchsuchen durch ich komme ein bisschen youtube ja quirli oder wat quirli wir können die leichen nicht durchsuchen ja solltet ihr die leichen dann überhaupt durchsuchen ja ja dann warten ich hole mal gerade einfach ich schieße mir einfach mal 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 ich lasse mich mal umbringen oder ne mach los der ist nicht gerade effen man muss nicht auf jeden Fall gut Deckung haben Alter ich kann ja einfach jeden umbringen das ja 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 ich es ist der lustig erschießen kann wir – wenn wir nochmal ferne die leichen her gucken Wie viele schüsse muss ich dann trinken? Sie wollen ihr Witz ja ne 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 Kaufer sähe nicht Timo aber hik 4 ins stimmt dann auch halt dann ja fernwerkzeug Ja gut Timo Ja gut Timo Ja gut Timo Ja gut Timo Ja bleibt hier ist noch irgendwo Ehrn Schuffel Dann ist gut Ja Natürlich gell da Helfen hat Selbstmord begangen Okay So dann mach das noch mal Ja wann mit geht dann mutig noch mal mach So Okay gut So wann nicht geht dann mutig machen Ja guck mal der Gruppe Ja guck mal der Gruppe Vielleicht nicht noch Ja guck mal der Gruppe Ja ich guck mal gleich Hoffentlich muss mir wenn nicht noch mal Heise weit vorne eh Puch alter jo Alle alle fortfahren Alle äh Alle äh R2 Alle R2 Äh ziemlich spät wäre der Leiche ne Ja Ja das war es 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 So front Und jetzt mit dem Video Zuck Erster Art Vorbereitung Toter Kurier Jetzt machen wir mal flying hier So Ich fand den Ding an Das passt so die Alkoholiker Da hat also richtig ne Alkoholiker Ich weiss was ich noch viel geiler fand Ähm Wie den am Supermarkt Da mal viel glühende Mamm Striehhelmchen Da gibt bestimmt richtig So So Ich muss nur Ich muss nur Den nächsten Garten suche irgendwo Dann auch mal ausprobieren Wartig Das hat man nie ausprobiert Ah ne Ah ne 3 4 in Da muss man hin Oh ma Ah ok Ja weil da Funktioniert der Teil Gut Ha Halb da so der schwarze Frau Seht so ne Heli Timo Hä Ach weil sie Who Ja weil ich weiß wo er hin muss Jager is on the rock Nu is Wawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Dill zuu sie mir er hat mich besonders aufpasst auf dich als maßnahmen er war schickt maske nun sehr nah ja wahrscheinlich trifft den mich natürlich müssen wir schießen jungs ihr dürftet mit sterben ist ein schluss rum einmal dropgang das nur noch ein halber durch den tang an die luft und beide mit dir bringt ach so dass noch eine tasche die man muss okay die Information 3 5 3 1 wurde wird ich muss den Laptop halten dort wird sterben macht langsam macht langsam der Kuppel bedienten Raketenöpfe des Hubschraus drücke um da bin ich schon drin ja ja ok ja ich muss mir fast weggehen was an die blödgeräte ah lol lol ab zur Gerichtsmedizin du alter was ein heil los warte auf die Sanitäter ja wir müssen hier aufhören dann müssen wir aufhören komm Timo soll ich landen direkt oder wie ja ich meine ja Oleg ist ja bald los macht langsam in den Dorf kennen wir sterben ja halt mach mach los Oleg Oleg bei einem Ort aufhören nur für er U hat eine drohte gesprungen h ich bin gerade mit Rakete geschossen aber kann für Prozent die weggang und sehen zuhause baby mal ist halt wenn meine zähne das glaubt mich diese mal aus okay vom rot darauf die vom rot darauf die vom rot darauf hey jungen wer schick dich wir sind gleich da ja ich muss mir ein paar karpanzer sind wir schon starbosen nein warte auf die sanis wo heißen heike norwich ja ja aber das geht doch so ja total überflüssig weg damit kommen wir raus achten raketen kommen steigen an kommen steigen an wartet mir noch scheiße scheiße komm 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 ran ich bin am flieger komm 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 Timo anstein ja ja fahr fahr feuer juhu haa haa fahr 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 ja und fahr ja schade ja nach warte warte ab ab das das ist doch nicht so weit gestohlen ich lehne da abfahrt 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 halt das recht dort warum einfach wenn auch schwer geht Guck mal, hi, Huka Palace, Huka Oh, leck mich am Arsch, ey Wo muss den dann hin? Den Savage Ach Gott, ne So weit Ich hab mich da wohl da bombardieren, hm? Hey, hier ist doch ob, den hast du am schießen Ich nicht Hä, ich kann auch keine Raketen schießen Wir müssen wirklich schmule Bullen losgehen, also hier ist auch so schießen Oh, ich bin rot Danke, dad Da werden wir uns in Ruhe Alter, wo können den da mal her Alter, leg mich doch am Arsch Ja, fahr doch vorbei Gön, du hast irgendeine runde Markierung Ja, da muss ich landen, aber da muss ich voll Kopf losgehen Sollen wir Lester anrufen? Probier mal Vielleicht geht dort Lester, Lester, wo bist du Lester? Ja, zack Hey, es ist Lester Nein, ich hatte den Thron Land einfach schon mal mal das, da fanden wir dich auch nicht mehr Hey, da hast du schon mal fehlgeschleudig fest Schüttel die Cops ab Schüttel die Cops ab Die sind immer der ist hier weg Wie gesagt, Dreck, direkt ein zu Mifflotflame, man Ich kann auch nicht mehr Nee, eben nicht, hab ich auch gemacht Da bin ich raus Rausgefloren Echt? Hast du da wirklich doch viel gemacht? Ja Konzentriere, ich lebe allein ordentlich Da suchst du zu totalen Blödsinn, den du erzählst Ja, natürlich war ein Blödsinn Weil sobald du die Dreieckstaste trägst, fällst du raus Und wie kann man da drauf ranfallen? Tja Bruder Also ich und Marius bestimmt Silber und Bronzer Ah, naja selber Noll Also Marius und ich sind immer mehr die Bestour Keine Ahnung, wieso ich so schlecht sind Also ich schon mal Raketenwerfer, die Mestlet getötet, Han Ah, ja, ja, ja Beim Abholpunkt vom Raketenwerfer Doch, aber gar nicht sicher Ja, jo, gott Marius als gefloren hat mich natürlich schon was aus ja ja das ist klar